Moin Freunde, ich bin's wieder, euer Sivi bzw. der Timo hinter dem Sivi. Vor einigen Tagen habe ich ein Video online gestellt, wo ich von einem Vorfall berichte, der sich in Ratzeburg vor einigen Tagen ereignet hat. Dieses Video habe ich beim Sivi veröffentlicht, da auch vor diesem Video schon meine Beitragsreichweite gerade im Ratzeburger Bereich sehr hoch gewesen ist und ich somit erhofft habe, Zeugen zu finden. Nun habe ich von euch eine wahnsinnige Rückmeldung zu diesem Video bekommen, in Form von Kommentaren, privaten Nachrichten, aber auch Zeugenhinweisen, denen natürlich die Polizei jetzt auch nachgeht. Die Polizei hat parallel dazu auch eine öffentliche Pressemitteilung herausgegeben, wo selbstverständlich nicht ganz so viele Details drin stehen, wie ich es euch in diesem Video mitgeteilt habe. Für die Leute, die es nicht wissen, das liegt selbstverständlich daran, dass aus einsatztaktischen Gründen die Polizei sich eher bedeckt hält bei solchen Pressemitteilungen und ich eigentlich den Fehler gemacht habe, dass ich zu viel Preis gegeben habe. Das hätte ich so gut nicht machen sollen, ich hätte auch nicht meine Tochter auf dem Arm halten sollen, allerdings bin ich sehr durch den Wind gewesen nach dieser ganzen Geschichte, weshalb ich einfach mein Handy gegriffen habe, weil ich als Sivi ja für alles Videos mache und habe genau das getan. Jetzt kamen natürlich von euch auch Rückfragen, Mensch, in der Pressemitteilung steht dies nicht drin, da steht das nicht drin. Wie eben schon erläutert habe, aus einsatztaktischen Gründen würde die Polizei sowas auch nicht veröffentlichen. Mein Video jetzt einfach zu löschen, würde auch nicht viel bringen, dass sich viral im Internet jetzt ja schon ziemlich verbreitet hat. Ich dennoch aber nicht noch mehr Details preisgeben möchte, um einfach die Arbeit der Polizei nicht weiter zu behindern. Ich möchte an dieser Stelle auch die Arbeit der Polizei Ratzeburg in dieser Hinsicht sehr loben, mit denen ich sehr sehr eng in Kontakt stehe und die diesen Fall wirklich sehr sorgfältig auch bearbeiten. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hiermit mitteilen, dass ich in dieser Hinsicht als Sivi auch nicht mehr über diesen Vorfall reden werde, einfach um die Ermittlungen nicht noch mehr zu gefährden oder zu stören, damit die Polizei jetzt einfach ihre Arbeit machen kann in dieser Hinsicht. Sollten die Täter natürlich in der Zwischenzeit gefasst werden, werde ich an dieser Stelle davon natürlich berichten. Ich möchte euch also um euer Verständnis bitten, dass ich als der Sivi in Zukunft natürlich damit nur weiter machen werde, was ich am besten kann, nämlich so ein Blutdruck kriegen da! Spaß beiseite. Möchte euch aber an dieser Stelle dafür danken, dass ihr so enorm dieses Video oder euch an diesem Video beteiligt habt, so dass auch wirklich tatsächlich einige nützliche Hinweise dadurch zustande gekommen sind. Schlussendlich möchte ich aber noch mal betonen, dass ich mich von irgendwelchen ausländerfeindlichen oder allgemein menschenverachtenden Kommentaren, die leider Gottes unter diesem Video auch vorkommen, distanzieren möchte. So und nun lassen wir mal ein bisschen Ruhe wieder in die Familie einkehren. Die letzten Tage waren doch sehr nervenaufreibend, muss man schon sagen. Das heißt, in den nächsten Tagen werde ich erstmal wohl kein Ansagevideo hochladen, aber der Sivi macht natürlich da weiter, wo er auch aufgehört hat. Und jetzt lassen wir diesen ganzen privaten Kram mal sein. Lassen die Polizei ihre Arbeit machen, regen uns nicht weiter über den ganzen Kram auf. Es ist ja Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, zumindest meiner Tochter und mir nicht. Und das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Ich wünsche euch an dieser Stelle eine schöne Restwoche, und verbleibe erstmal mit ganz, ganz lieben Grüßen aus Ratzeburg. Jetzt weiß sie ja halb Deutschland, wo Ratzeburg liegt, nehme ich an, obwohl es eigentlich nicht so groß ist. Na ja gut, also wir haben auf jeden Fall eine schöne Badestelle. Nein, Spaß beiseite. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und liebe Grüße aus Ratzeburg, euer Sivi.